Musik Moin, was geht ab ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu der Wittere Pugel von EmuTarkov Wir starten jetzt erneut als PMC auf unserer XP-farmenden Map Factory durch Also wir versuchen natürlich, wie immer auf dieser Map, einfach ein paar Scares oder PMCs um zu klatschen, um XP zu sammeln, erfolgreich zu extracten Und alle werden sie glücklich sein Oh fuck, da will ich auch nicht raus Gut, jetzt weiß der Gegner schon mal, wo ich bin Psst, hi Psst 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 Ach, wusste ich doch, dass wir hier sind. Oh, warum bin ich da stehen geblieben, warum, warum mache ich sowas dummes? Alter, direkt in den Kopf, ja, mit PS-Munition. Ja, dann kurzer Break und dann starte ich hier wieder als Gapwein, äh, als PMC. Also, bleibt dran, bis gleich. Moin! Weiter geht's hier, Alter. So lass mir das hier nicht gefallen. Wir sind fett ausgerüstet, Armour Class 4 Helm, Armour Class 5 Rüstung, Rucksack. Relativ normale Größe, äh, relativ normale, äh, relativ normales Rig. Ich würde immer Weste sagen. Wäre ja auch richtig, aber wenn, dann muss man es ja auch einheitlich machen dann, ne? So, und das ist unsere übergeile AKM. So, und jetzt wird hier Rache genommen. Für die Scheiße von gerade. Die Scheiße von gerade. So, wir haben ja in den Kopf beschrieben. Und das ist eine Bedeutung. So, wir machen das, was wir brauchen, wo wir machen, ist es die Bedeutung. Wir machen das, was wir machen. Und wir machen das, was wir machen. So, das ist alles. Er ist auf jeden Fall jetzt über mir. Ah, da in die Richtung Wara. Ah, da in die Richtung. Ich hab halt jetzt gerade, leider keine Ahnung, wo wir sind. Jetzt weiß ich nicht, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Puh, ich dachte, da steht einer. Okay, da oben piekt schon mal keiner. Okay. 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 Guess who you can see this? Okay. Here I get to . Ist ja leider nichts schönes drin. Ich glaube, Paper war gar nicht so unwichtig. Schade, dass man hier nicht noch mehr looten kann. Vor allem schade, dass man das Ding hier nicht looten kann. Das Ding hier nicht looten kann. Das Ding hier ist. Das Ding hier ist. Das Ding hier ist. Ich könnte jetzt da drauf springen. Aber ich lass es mal. So, wir machen mal ein bisschen sneaky. Weil wenn wir rennen, machen wir natürlich auch Steps. Das Ding hier ist. Das Ding hier ist. Das Ding hier ist. Okay, das Match ist auch gleich schon wieder vorbei. Deswegen lass uns mal hier runter tingeln. Der Typ ist auf jeden Fall unter uns gut angefragt. Das Ding hier ist. Hier nehmen wir noch mit. Ja, du verarschst mich doch, Alter. Meine Güte. Holy cow, Leute. Gut. Dann gibt es halt heute wieder eine kürzere Folge. Auf jeden Fall 3000 XP wieder gemacht. 1 Kev und 2 PMCs. Also haben wir die Hälfte der PMCs auf der Map ausgeschaltet. Da sehen wir es. Zack, zack, zack. Quasi nochmal so ein Run, nur in etwas größer. Und wir haben Level 10. Das ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob wir den Stuff, den wir aus dem ersten Match gerade, den wir verloren haben, ob wir den wiederbekommen. War ja versichert. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir das wiederkriegen und was wir davon wiederkriegen. Die Geschehen ist aber, glaube ich, eher geringer, weil wir schon an einem ziemlich offensichtlichem Spot gestorben sind durch diesen Kackskev. Und ja, deswegen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Gut, an der Stelle verabschiede ich mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge ganz frisch wieder. Steinhardt auf jeden Fall rein. Cheerio.